Hallo Leute, heute möchte ich unsere neue HD-Projekte vorstellen. Schauen Sie hier, wir haben zwei Farben gemacht, mit zwei Arten von Vorderschale, gebüstenes Metall und Leinenstoff. Alle Projektochen hatten einen 40 Grad Outlook-Test bei konstanter Temperatur bestanden und verfügen über ein Geschmacksmuster und CE-FFC-FOHS. UL und weiter Zertifikat. Als nächstes sehen wir uns an, wie es funktioniert. Dieser Projekt hat eine Native 1080 Auflösung und unterstützt die Wiedergabe von Vierka-Filmen. Er hat 7000 Blumen Heiligkeit, kann auf einem 250 Zoll-Bürscher wiedergegeben werden. Das wäre ideal für Heim-Kinospieler in dunkler Umgebung. Wir haben großen Rabat für die Förderung neuer Produkte. Für Interesse können Sie sich anleihen an unsere Runde und willkommen in unseren Shop für die neuesten Informationen. Auf Wiedersehen.